hey was geht ab youtube herzlich willkommen zurück zu let's play pupke player announce battlegrounds besser gesagt zu einem best of kills und best of fails ich habe mal wieder die mühe gemacht und die besten und die schlimmsten szenen herauszuholen aus den ganzen aufnahmen die wir zwischendurch so machen und zusammenzuschneiden zu einem kleinen passabel video euch jetzt ganz viel spaß denn jetzt geht's los die besten fails und die besten kills also auf geht's wobei der hat ein 8 fachs kopf brauchst du das ist ja die anzug des trennen ja kannst du haben ich hätte gern einfach nur eine bessere waffe hier ist geil hat er okay ich nehme die große mit schön geparkt hier oder ich gehe rein und ich dachte du bist das und ich stehe guck ihm zu wie er was aufhebt alter und er sich alter dein name ist raus okay haus hier mal die salve rein und der typ stand eben vor der türe waren überlegen da habe ich ein schöner brotpunkt mit der k analysiert einschloss hier ist alles gelootet oder hier bei mir ost zwischen ost und 105 irgendwo oben auf dem hügel kontakt genau zwischen ost und 105 von meiner position aus hockt am baum zwei personen zwischen den bäumen genau oben auf der spitze auch mit alter da vorne hockt noch einer am stein und berg aus geschläge bekommen gerade dann ausgenobbt und wo? oben von 105 oben auf dem hügel da, da, genau da könntest du wahrscheinlich oben durchs fenster könntest du die treffen das kann schon weit sein ah, er hat kugelschläge freu mich bestimmt gleich holen da ist auch irgendwo einer lad mal nach da sind sie da ha 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 ja ja so hier 27 Sekunden Los los 0 0 0 0 0 jetzt zum auto wir wissen was am luket war ja keiner dran ist ein skateboard drin ein skateboard alter macht die schaden ja du drückst dann schon Also gehen wir jetzt zu 2. Ne, man hängt es nicht. Jetzt sind sie nicht, glaube ich. Ich check's. Bist du nervös? Du stirbst jetzt. Ich weiß. Ah, ha, ha. Die liegen dreier Rucksack. Ich komme. Nehmt 16 auf hier. Oh, spring doch da rüber, meine Fresse, ey. Hoffentlich kommt bald das Klettern, ey. Ich hab so die Schnauze voll von diesen kleinen Mauern, wo du nicht rüberkommst, ey. Ja. Das KS. Hab ich. Und Auto. Und Papier schlagen. Knockout. Auf wen schießt du und wo? Auf dem Buggy und ich hab der, das geht gleich hoch. Oh. Ah, ne 2er, weißt du, sehr schön. Aha, okay. Ja, halt dich mal. Ja, weiß. Ich geh dir mal looten. Ich folge dir. Weil er sich in Munition nicht darauf halten muss, ey. 2 Max. Oh. Kontakt Richtung Nordwest. 300. Eine Person. In Richtung Stadt. Ja, müssen wir das eine Haustage mit der Satellitenschütze drauf. Ja. Und das kleine. Auto hier bei mir. Ja, ich hab gesehen. Er ist vorbei. Schießt du? Ja, ja. Er ist direkt an mir vorbeigefahren. Natürlich schieße ich. Auf mich wird geschossen. Von wo? Äh, von hinten. Vom Hügel. Ja. Weiß halt noch nicht, von wo. Den aus der Stadt hab ich Lack gemacht. Okay. Ach, schon wieder Bombenzone, alter. Ja. Oh. Das Spiel ist abgestürzt. Ach, dann komm rein wieder. Jo. Okay, jetzt bin ich nicht an der Straße, sondern ich bin hier irgendwo am Brunnen. Okay. Bin ich denn hier hin gekommen? Okay. So. Ah! Schießt auf mich. Aha. Von wo denn? Von wo denn? Von wo denn? Komm in die Zone, Rain. Gämmel da nicht rum. Knockout. Ja, der stirbt gleich. Wir haben ein Stückchen zu laufen. Gämmel. 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 Du bei mir, bei mir. Aufgemerk. Ich komme, ich komme. Zwei Leute. Gibt's doch nicht, ey. Du stirb doch da! Alter! Oh, da waren welche bei uns landen. Ja, sehe ich. Dann habe ich mal das auf meiner Seite die Waffe lebt, ja? Bei mir liegt nichts. Ich gehe ins rote Haus. Bei mir liegt auch nichts. Ich gehe in die Garage. Ah, da oben ist einer. Gehe trotzdem jetzt unten rein. Gehe jetzt in die kleine Hälfte. Ich habe noch immer keine Waffe. Ich auch nicht. Doch, ich habe einen Shotgun. Ich habe noch was vor da. Kommst du zu mir in die Hütte? a Stock außen. Alles klein. Ok. Da ist einer. haben und das haben wir ausgenockt kommen rein ja lauf finden und leicht da bin ich oben da kommt jetzt da kommt jetzt da da oben gewartet hat von vom dach irgendwo geschossen ja oben auf dem dach schon wieder ausgenockt wie er macht er das ich hab den auch nicht getroffen alles auf ich hab den nicht gesehen ich hab den nicht gesehen hat mich ausgenockt ja klar war ein wichser war verfolgungsjagd jetzt richtig action hier ja 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 ich höre einen buggy angehalten ja ausgemacht das gibt es gar nicht alter ich habe auch kein bock mehr jetzt feierabend und